Hallo und herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation. Ihr merkt vielleicht, die Akustik ist ein wenig eine andere. Ich habe auch leider meine beiden Kollegen nicht mehr dabei, beziehungsweise in den letzten drei Folgen war es ja auch sowieso nur noch einer. Wir haben es irgendwie nicht mehr hinbekommen, seitdem gemeinsam aufzunehmen, weil das ist blöd bei mir hier mit mehreren Leuten. Da kannst du nicht so gut aufnehmen, weil sich das wirklich absolut kacke anhört, wenn hier bei mir mehrere Leute sitzen. Und bei dem, wo wir, bei dem Karellaus, wo wir den letzten Mal aufgenommen haben, diese neuen Folgen, da hat das sehr gut gepasst letztes Mal. Dieses Mal hat es leider sich nicht ergeben. Aber ich hoffe, ihr nehmt auch mit mir vorlieb, deswegen habe ich es ja schon angekündigt und ich habe auch zum Glück kein Let's Play Together daraus gemacht, weil sonst wäre ich nämlich abhängig gewesen von denen. Ich habe das Spiel auch bei mir nochmal neu spielen müssen, bis zu dem Punkt, wo wir letztes Mal waren, weil ich konnte den Spielstand nicht einfach so übertragen. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Ist das nicht toll und jetzt freue ich mich, denn wir waren ja bei der Stelle in diesem Kranken-Trakt für Leute, die überhaupt nicht da im Weltraum sein wollen oder so. Und mein Handy klingelt. Da gibt es doch einen speziellen Modus namens Lautlos. Hui, guck mal, praktisch. So, naja, ich hoffe, ich kriege das alleine hin, weil ich bin ja eigentlich ein ziemlicher Schisser, was Horrorspiele angeht, aber deswegen habe ich mir auch eine Evil Within gekauft. Das geht übrigens nächstes Wochenende los. Ich werde jetzt versuchen, über die Woche alle zwei Tage eine Alien-Folge zu bringen. Ich habe auch Bioshock gerade ganz knapp geschafft aufzunehmen, GTA. Fast keine Folgen dieses Wochenende, da lief echt gar nichts bei mir. Deswegen diese Woche ein bisschen weniger stark frequent die Videoausgabe bei mir. Aber letzte Woche drei Folgen pro Tag haben ja auch ihren Teil, denke ich mal, getan. Nächstes Wochenende fängt dann aber, schätze ich mal, mit The Evil Within an, weil bis dahin werden die anderen Let's Plays vermutlich vorbei sein. So, hier sind wir jetzt. Eigentlich sollte ich das Licht ausmachen, aber ich bin da nicht so ein Augenhasser, weil man soll da nicht bei einem dunklen Raum nur auf den Bildschirm gucken. So, abspielen. Wird es nicht, wenn man mich ignoriert, Morley. Verstanden. Als ich heute die Arzneiausgabe benutzen wollte, wurde mir dazu... Nein, nein, das ist der Fahrtchiff. Wie soll ich bitte meine Arbeit machen, wenn Sie und Lingard meine Zugangsprivilegien widerrufen? Ach so, das haben wir ja schon gehört. So, ich habe jetzt hier aber, als wir heute was gespielt haben, da haben wir schon ein paar andere Räume. Boah, hier labern alle durcheinander. Ist gut. So, wir haben nämlich ein paar andere Räume entdeckt hier, also beziehungsweise heute beim erneuten Durchspielen. Und ich habe auch jetzt herausgefunden mittlerweile... Du, 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 Sieksen. Diese Dinger hier, Kamerafeed, vielleicht dürft ihr ja verstehen, was das bedeuten soll. Beleuchtung, ne, kannst du halt Gänge dunkel machen. Die Sprinkleranlage, keine Ahnung, warum man das ausschalten sollte, aber egal. Hat das Alien Angst vor Wasser, das werden wir später noch herausfinden. Man kann hier übrigens die Kamera auch bewegen und sehen, in welchen Räumen sich was befindet hier. Und je mehr Sachen man ausschaltet, desto mehr Stromreserven sind halt verfügbar. Das heißt, Türzugriff mache ich mal aus. Und jetzt habe ich mehr Stromreserven. Jetzt sollte mehr funktionieren. Schatzzugang mache ich mal aktiv. Und Luftreinigung schalte ich hier auch mal aus. Denn die Luft... Ja, aber Luftversprechung kann sicher hierher kommen. Eine Tragödie, eine Verschleppung eines Talents. Ja. Die Reinigungsanlage, die sorgt nämlich dafür, dass es hier so ein bisschen nebliger wird. Und dass man da wohl besser schleichen kann, habe ich mir sagen lassen. Vom Internet. Hier. Jetzt gucke ich gerade nochmal in dem Raum hier. Aber hier ist nichts los. Ich werde jetzt gleich meinem Schicksal entgegenlaufen, weil wir wissen ja alle noch, was letzte Folge passiert ist. Ist zwar schon zwei Tage her. Für die, die es vergessen haben, Wir haben ein freundliches Wesen getroffen. In Anführungszeichen freundlich. Aber naja. So, Strom habe ich jetzt eingeschaltet. Ne, Zugangscode war hier benötigt. Irgendwo gab es bestimmt eine Tür, für die man Strom brauchte. Oh, hier. Seht ihr? Hier ist jetzt total... Nebelig. Ich höre schon wieder irgendwas. Obwohl das, glaube ich, gar nicht so super ist, wenn das da so nebelig ist. Hier können wir jetzt reingehen. Und ich glaube, ich verschwende lieber nochmal ein wenig Zeit, um... Oder? Eigentlich ist das besser, wenn das so ist. Aber ich kann selber ja weniger sehen. Das ist voll blöd. Na ja, ich gehe jetzt mal da unten hin. Ganz genau. Diesen Koppel du eintragen. Ah, Schnauze. Strom wiederherstellen. Habe ich doch gemacht. Die haben Probleme. Gerät unzureichend. Öh. Sicherheitsgenerator. Ja gut, dann machen wir das mal. So. Ich bin ja alleine sehr gut geeignet für solche Horrorsp... Was? Inkorrekt? Habe ich doch... Ihr habt alle... Mensch, guck mal hier. Ich bin schon verwirrt von dem Spiel. Ich glaube, ich melde mich morgen krank. Ich kann nicht zur Arbeit kommen. Ach, na ja. Ah ja, ihr habt mir ja auch übrigens in den Kommentaren... Schnauze. Wir haben mit keinem Wort in den Kommentaren erwähnt, dass wir weiterhin zusammen aufnehmen sollen. Deswegen mache ich das jetzt alleine weiter. Also, wenn euch das anders besser gefallen hat, dann schreibt das in die Kommentare und ich werde mich darum kümmern, so gut es geht. Aber wer sich nicht meldet, der muss sich nicht beschweren. So, Medi-Coming, ja, das haben wir ja alles sowieso schon durchgelesen. Ich gehe da nochmal... Haben Sie den Zugangscode gefunden? Ja. Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkante. Morley took immer eine bei sich. Finden Sie ihn. Oh, wo ist der? Morleys Schlüsselkarte. Ach, natürlich da ganz vorne links, ne? Ach. Warnung. Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Warnung. Warnung. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Ach, super. Hi, na? Wer geht's denn so? Hoffentlich, hoffentlich sehr gut. Oh ja. Hallo. Bitte verzeiht mir, wenn ich bei Zeiten ängstlich in irgendwelchen Gängen hocke. Wo ist es denn jetzt? Ach, da kommt es. Oder? Jetzt steht es da hinten in der Tür. Ja. So, es steht jetzt da hinten. Ich laufe jetzt hier nicht am Fenster vorbei, weil das sieht mich ja dann. Ich laufe jetzt hier nicht am Fenster vorbei. Oh, WTF. Wie war der Zugangscode nochmal? Nein. Viel Spaß, Leute. Junge. Ich habe gar nicht erst versucht, wegzurennen. Scheiße, ich brauche den Zugangscode. Warum sagt mir denn niemand, dass ich mir den merken muss? Ich habe die Texte jetzt alle übersprungen. Ich dachte, ich komme da jetzt einfach so rein in den Raum, so wie es in anderen Spielen ist. So weißt du, liest dir was. Ach, die Tür ist auf. Habe ich noch jemand eingesammelt? Theoretisch nicht, ne? Ich spiele das eben noch ab. Work ist nicht, wenn man mich ignoriert, Morley. Verstanden? Als ich heute die Arznei-Ausgabe benutzen wollte, wurde mir der Zugriff... Äh, ne, da war nichts mehr so. Obwohl doch, warte, ich mache hier eben noch die Strom... Äh, die Stromkacke mache ich an und aus. Äh. Kamerafeed aus. Sprinkleranlage mache ich einfach mal an, warum auch immer man das jetzt brauchen sollte oder so, Beleuchtung. Türzugriff mache ich mal. Ich mache es mal an. Schachtzugang mache ich... Ach, ne, ich habe keinen Strom zu... Mache ich hier die Luftreinigung aus und dann kann ich hier den... Ach, kacke, man muss... Weil ich weiß, ich habe leider keine Ahnung, wofür der Kamerafeed sein soll. Warte. In diesem Raum Schachtzugang. Machen wir mal ein. Dann Türzugriff. Machen wir hier mal aus. Ich weiß sowieso nicht, wofür das sein soll. Ähm, weil wir wollen ja gar nicht durch diese Tür davon. Oder doch, warte. Doch, ich mache das mal an. Äh, Alarmsystem. Äh, hier kann ich gerade... Hier muss ich... Türzugriff hier. Schalte ich auch mal an. Hm. Ja gut, dann... Ich lasse das mal einfach so. Ihr seht schon, hier ist irgendwie die Luft ein bisschen verunreinigt. Warum sollte man denn diese Tür hier vorlesen? Gott, genau. Diesen Korb wird weiter. Ja, super, Mensch. Guck mal, Tür verschlossen. Ja, wow. Ändert sich das denn, wenn ich da den Türzugriff ausschalte? Oder das... Beziehungsweise das anders mache ich? Versuche ich jetzt natürlich viel Zeit zu verschwenden, wie ihr bestimmt schon sehen könnt. So, Türzugriff habe ich jetzt mal ausgeschaltet. So. Lauf. Lade die... Lade da... Strom wiederherstellen. Tür verschlossen. Ja gut, dann... Ich mache die Tür... Die Tür... Das mache ich jetzt einfach mal wieder an. Weil es könnte ja sein, dass wir das noch brauchen. Und wenn wir die Tür sowieso nicht aufkriegen, weil kein Strom da ist, dann... Ähm... Hallo? Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Luftreinigung mache ich mal. Deaktiviere ich jetzt einfach mal. So, jetzt Türzugriff. Gut, dass das jetzt noch nicht auftaucht. So, und jetzt... Nein, nein, das ist der Fahrzeug. Ja, halt das Maul. Da drin ist irgendwas, da könnte man dann rein in den Raum. Aber jetzt kann man auf jeden Fall durch diese Tür... Ja, durch diese Tür könnte man theoretisch durch. Das ist ja wohl ein Sicherheitsaspekt. Der mir wichtig ist. So, jetzt hier. Diesmal schaffen wir das, Leute. Diesmal merke ich mir nämlich den Code. Aber, äh... Eine Tragödie, eine Verschwendung meines Talents. Sie sind da. Das ist Morleys Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Ach. Ach. Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Morley trug immer eine bei sich. Finden Sie ihn. Warnung. Quarantäne-Bellettung in der Kampenstation registriert. Warnung. Warnung. Ich versuche nur, heraum zu finden, was das ist. 1-7-0-2, ne? Gott, sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. So. Hi. Ah, voll die gute KI geht in dieselbe Richtung wie vorhin. So. Jetzt läuft es erstmal dahin. Vielleicht geht es ja jetzt wieder in den Raum da vorne rein. Das fände ich ja eigentlich schon super. Ne, scheiße, es geht wieder raus. Verflucht. 1702, ne, ich muss mir das merken. Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Ist voll blöd. Kommt es jetzt hier rum? Okay. Slavstar. Kommt, mach, geh auf. Oh nein. Oh, BTF. Oh nein. Es kommt hier rein. Rein hier. Wo ist denn jetzt hier das Kackbüro? Ach, am Ende des Ganges. Guck mal, ist das nicht super? Hey. Dann packen wir das Büro in das du unbedingt musst. Alle anderen sind total sinnlos. An das Ende des letzten Ganges auf dieser Behindertenstation. Bitte, komm nicht hier in den Raum. Ja, es war im Raum. Nein. Ich raste aus. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Wehe, das macht die Tür auf. Wehe, es öffnet die Tür. Nein, wehe, es öffnet die Tür. Wehe. Geh weg. Bitte. Ich... Ich mache den Sensor nicht an. Dann hört es mich nicht. Oh, fuck. Ich höre es links. Scheiße, nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Geh weg. Boah. WTF. WTF. Ah. Im Moment ist es nicht da. Nur, wie lange? Und vor allem, wo ist es verschwunden? Ach, hier ist so eine Kack-Lüftung. Ich gehe da am besten gar nicht drunter her. Auch wenn ich festgestellt habe, dass es da wohl nur ausspringt, wenn da so ein komischer Glipperschleim rausläuft. Ähm. Oh. Schmeiß. Ich habe es mal besser zugemacht hier. Nein, nein, nein. Ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht. Nein, nein. Nein, nein. Warte. Wissen wir jetzt, wo genau ich das so... Ach. Finden die Morla's Schlüsselkarte irgendwo hier drin? Gib mir genauer Anweisungen. Der kann doch eine Ansage machen. Kann der nicht sagen, hey. In Alien-Sprache. Fuck. Geh weg. Ich bin hier nicht drin. Warum? Warum habe ich die Türnotentriegelung angemacht? Jetzt kann es da nicht rausgehen. Okay, ich höre es nicht mehr. Das Schlimmste wäre, wenn das auch von hinten in solche Spinde reinbrechen könnte. Nein. Morley Ich gehe nochmal rein So, ich gucke mir jetzt mein Ziel an Ähm, du, suchen sie die Räume auf Dr. Morley's Rundgang Nein Hä? Wie soll ich denn da hinkommen? Warte mal Untersuchen sie die Räume auf Dr. Morley's Rundgang? Was? Jetzt muss ich hier rumgehen und die Räume durchsuchen Ach, leckt mich doch alle Oh, nein Ich bin viel zu ängstlich für solche Spiele Vor allem für so ein Spiel Ich warte jetzt, bis es abhaut und dann werde ich ein bisschen rumlaufen So Aber ich werde nicht hier rauskommen, während es im Raum ist Oder wisst ihr was? Nach dieser Folge voller Panik Meinerseits Könnt ihr jetzt eine Bewertung abgeben Möge sie ausfallen, wie sie wolle Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder Denn, ähm, auch wenn jetzt weniger diese Woche kommen soll Ich muss noch irgendwie Heute ist Sonntag Dienstag, Donnerstag sollte schon eine kommen Ich mache jetzt noch zwei Stück Ja, zwei Stück Zwei Folgen mache ich noch, aber Äh Ich versuche in der nächsten Folge Ein wenig aggressiver zu spielen So, wie man es vielleicht erwarten möge Aber andererseits Spielt das Spiel mal selber Hihi Und dann sprechen wir uns nochmal Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020